Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Reaction, in der Ben auf Besuch reagiert, den er spontan beim Videodreh bekommen hat. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Also wer den Besuch vielleicht noch nicht bemerkt, wir kriegen den Besuch gleich nochmal dann in der Nahaufnahme. Aber Tatsache ist, dass es einem wirklich relativ häufig passieren kann, wenn man nur lange genug irgendwo im Grünen hockt, dass dann irgendwelche interessierten Tiere vorbeikommen und mal ein bisschen schauen, was da eigentlich gerade so los ist in der Lage. Und das ist also etwas, was mir wirklich häufig passiert. Und ja, aber selten so, dass ich es überhaupt nicht mitbekomme und eine so vergleichsweise gute Aufnahme auf die Kamera bekomme von einem vermutlich Baumarder. Inzwischen haben ihn wahrscheinlich alle entdeckt. Der ist da rechts von meiner Hutkrempe auf den Baumstumpf gesprungen. Das ist eine alte Birke, die da rumsteht, die halt mal abgebrochen ist und dient jetzt dem Marder als schöne Gelegenheit, mal kurz Ausschau zu halten, was denn hier eigentlich los ist, wer denn da vielleicht so einen Krach macht und warum es denn so unruhig im Walde zugeht. Da aber aus dem da ständig quatschenden Typ da keine wirkliche Gefahr auszugehen scheint, ist es dem Marder auch relativ egal. Er guckt hier noch einmal fröhlich in die Kamera. Wir können einigermaßen erahnen, was für einen Kehlfleck der hat. Der ist tendenziell relativ weißlich, soweit die Aufnahme das hergibt, das überhaupt erkennen zu können. und scheint unten mehr oder weniger rund auszulaufen und nicht zackig sozusagen ins bräunliche Brustfell überzugehen. Außerdem, soweit es eben, wie gesagt, mit der Aufnahme möglich ist, scheint unser Marder auch eher so ein rötlich-braunes Feld zu haben, was auch eher in Richtung Baumarder hinweist. Dass er besonders gut klettern kann, gut, das können alle Marder. Da ist also schwer zu sagen, ob das jetzt ein Indiz für Baumarder wäre. Aber schauen wir uns doch spaßeshalber noch ein paar Fotos an. Da gibt es nämlich auf waldwissen.net diese hervorragende Darstellung, wie man denn die beiden Marder voneinander unterscheiden kann. Die Zeichnung offensichtlich von Henriette Trippke. Und ja, Baumarder hat größere Ohren. Das haben wir auf dem Bild ganz gut erkennen können, dass die Ohren wirklich ziemlich groß sind. Im Vergleich zum Steinmaler, der wirklich deutlich kleinere Öhrchen hat. Wir haben von der Farbe her eher so ein dunkles Braun, was eben auch so ein bisschen ins rötlich-dunkelbraun gehen kann. Das würde auch eher passen. Der Kehlfleck meist gelblich. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Kann sein, die Farbauflösung von meiner Kamera ist da halt wirklich nicht unbedingt allzu toll gewesen. Und ob der jetzt einen hochbeinigen Gang hatte oder nicht und auch einen dunklen Nasenspiegel, das gibt die Bildqualität einfach nicht her. Vom Schwanz her, der wirkt ziemlich buschig. Das wäre auch tendenziell eher ein Charakteristikum des Baumarders und weniger des Steinmarders, weil ja der Baumarder mit seiner am ehesten noch kletternden Lebensweise, wobei jeder Marder gut klettern kann. Ausnahme vom Dachs vielleicht, aber die ganzen anderen kleineren Marder, das sind alles hervorragende Kletterer. Der Baumarder hat eben noch ein bisschen mehr und vielleicht hat er daher ein etwas mehr zum Steuerruder beim Sprung ausgerichteten Schwanz, der einfach noch ein bisschen besser die Balance zulässt. Das ist aber nur so eine Theorie. Auf waldwissen.net, ich verlinke euch den entsprechenden Artikel, gibt es also wirklich einen wunderbaren Info, wie man denn die beiden Marder voneinander unterscheiden kann. Und anhand eben dieses Bildes würde ich schon eher auf den Baumarder tippen. So, und wie sieht der dann jetzt in schön aus? Ja, so man dann den Marder wirklich gut erkennen kann, ist die dunkle Nase sehr charakteristisch und eine wunderbare Unterscheidung zum Steinmarder. Auch die insgesamt dunkle Schnauze, man sieht da so einen Ring um die Schnute drumherum sozusagen, das ist auch typisch für den Baumarder, das hat der Steinmarder so nicht. Dass der Kehlfleck meistens ungegabelt ist, also nicht noch eine braune Schicht quasi in der Mitte hat und wie ein Gabelbart nach unten ausläuft, ist auch charakteristisch. Dafür ist er aber trotzdem immer unregelmäßig, niemals ganz rund oder besonders symmetrisch, sondern individuell ausgeprägt. Daran kann man dann auch die einzelnen Marder auseinanderhalten, wenn man sie mal näher kennengelernt hat. Die haben immer einen individuell ausgebildeten Kehlfleck. Ja, der Kehlfleck wird immer gelber, je älter das Tier ist und geht dann irgendwann sogar ins leicht Goldartige über, dann spricht man auch vom Goldkehlchen. Gerade bei älteren Exemplaren ist das dann durchaus auffällig. Das liegt daran, dass er eine Bauchdrüse hat, mit der er ein Sekret abgibt, mit dem man halt schön nach Marder riecht. Für Marder durchaus wichtig in der innerartlichen Kommunikation. Und dieses Sekret färbt halt nach und nach die ursprünglich weißen Haare des Kehlflecks dann ins Gelbliche um. Das heißt, bei unserem Marder, den wir eben gesehen haben, ja, schwer zu sagen, entweder ein junger Baumarder, das könnte auch die Neugier, die er an den Tag gelegt hat, erklären, oder halt eben ein Exemplar, wo man es einfach nicht so genau erkannt hat. Die Ohren sind zwar größer, als das beim Steinmarder der Fall ist, aber halt auch nur ein bisschen ganz genau werden wir es also nie bestimmen können. Auch der Steinmarder kann einen sehr, sehr buschigen Schwanz haben. So, was treibt so ein Baumarder den ganzen Tag? Hier übrigens noch eine alte Zeichnung, die sind häufig auch sehr, sehr gut zur Bestimmung geeignet. Naja, den Tag über treibt er eigentlich gar nicht so viel. Er ist allerdings erstaunlich tagaktiv, kommt standardmäßig trotzdem erst in der Dämmerung raus. Aber, ja, wenn es ihn irgendwas interessiert, dann ist er auch mal am helllichten Tage unterwegs. Und davon abgesehen, Dämmerung ist zu dem Zeitpunkt, wo ich da sitze und mein Zeug erzähle zwar noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall schon Abend. Dass also die Marder schon unterwegs sind, durchaus vorstellbar. Der rät dann sein Revier ab und als typischer Allesfresser und Opportunist guckt er mal, was er so finden kann. Soll heißen, in Sommer und Herbst insbesondere holt er sich größtenteils irgendwelche Früchte, irgendwelche Beeren vom Busch, klaut sich auch mal einen Apfel vom Baum oder knabbert ihn direkt am Baum ab an, mampft mal hier und da ein paar Insekten, auch ab und zu mal Kräuterchen, so es dann besonders nährstoffreiche Kräuterchen sind. Also ein wirklich absoluter Allesfresser. Und was tierische Nahrung angeht, die dann vor allen Dingen im Frühjahr, wenn die Beeren noch nicht reif sind und im Winter eine Rolle spielt, erhält auch keinen Winterschlaf oder ähnliches, ist im Winter sehr, sehr aktiv und legt auch kaum Fettreserven an, weil er einfach den Winter überlieber mobil, also nicht so dick, isst und dann regelmäßig auch im Winter Beute macht. Ja, und ernährt sich tatsächlich von Eichhörnchen, Eichhörnchen von Spechtküken, insbesondere im Frühjahr, ein Thema, wenn die Spechtküken schon geschlüpft sind oder die Eier sind natürlich auch schmackhaft, wenn er da drankommt und an eine Spechthöhle rankommt, was ja kein großes Problem ist, da er ein sehr guter Kletterer ist, weshalb übrigens schlaue Spechte gerne in der Buche brüten, weil die Buche ja eine glatte Rinde hat und an einer einzelstehenden Buche mit ihrer glatten Rinde, mit isolierter Krone, da muss selbst der Baumader erstmal hochkommen und wenn er da dann runterrutschen würde, so müsste er auch sehr tief fallen und das ist für ihn dann auch gefährlich, deswegen traut er sich da meistens nicht ran, also ideales Spechthabitat, damit der Marder halt eben nicht kommt. Also nicht, dass der Marder was Schlechtes wäre, der hat natürlich auch Hunger, ist eigentlich ein ganz sympathischer Zeitgenosse und hier sieht man, dass er sich auch gerne mal ein paar Nüsschen oder Körnchen reinpfeift, das ist alles was, was der ganz gerne mag. Sein Verbreitungsgebiet geht durchaus sehr, sehr weit über die Nordhalbkugel, ist ein häufiger Marder, Vertreter und, also ich muss sagen, ich finde ihn schon ganz sympathisch. Was man hier übrigens auch sehen kann, es ist typisch für Marder, ist er ein Solengänger, das heißt, er läuft auf der kompletten Fuß- beziehungsweise Handsohle, wenn man das so nennen möchte, herum und hat nicht einziehbare Krallen, die sind also immer sichtbar und ist von der Geh- und der Gangart her ein bisschen, also abgesehen davon, dass er sich meistens springend fortbewegt, aber von der Art und Weise, den Fuß aufzusetzen, vergleichbar mit einem kleinen Bär. Darum, Marder und Bären galten lange Zeit als ziemlich arg miteinander verwandt, aber, ja, das hat man inzwischen ein kleines bisschen überholt. Übrigens, der Marder guckt hervorragend, also er sieht gut, er hört noch viel, viel, viel besser, dürfte ein unglaublich feines Gehör haben und riecht auch mindestens sehr gut. Wir sind uns da nicht ganz sicher in der Forschung, ob er ähnlich gut riecht wie der Dachs, wahrscheinlich nicht. Der Dachs hat eine der besten Nasen im ganzen Wald, aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute. Ja, und inzwischen ist es so, dass man ja sagt, okay, der, der das Kabel im Auto anknabbert, ist eher der Steinmarder, der, ja, eher siedlungsnah vorkommende Marder, der eben durch seine Nachtaktivität auch keine Probleme hat, in Dörfern und Siedlungsgebieten unterwegs zu sein. Aber neuere Forschungsergebnisse zeigen halt eben, dass auch unser lieber Baummarder hier durchaus auch mal in der Siedlung vorkommen kann, so denn die Siedlung nah genug am Wald gelegen ist. Und bei dem Ort, wo ich gesessen bin, na ja, das ist quasi im Wald und die nächsten bewohnten Gebäude, ja gut ist das, in dem ich hause, aber das ist auch schon alles weit und breit. Also eigentlich idich alles Baummarderhabitat und ob der bei uns hin und wieder auch mal eine Mülltonne ausräumt, na ja, er wird den Deckel nicht aufbekommen. Aber es ist sicher eine schöne Gegend hier, um sich als Marder wohlzuführen und nochmal zu dem neugierigen Verhalten meines Exemplars, typisch für junge Marder. Übrigens auch dieses Kabel ankauen, damit wir das noch kurz angesprochen haben, was dann der Steinmarder größtenteils macht, das könnte so ein Baummarder auch mal theoretisch gewesen sein, das kann man nicht voll und ganz ausschließen. Das ist einfach der Entdeckungsdrang, den so ein Marder hat. Der Marder kommt in eine neue Gegend, hm, was gibt es denn hier, hm, was ist denn hier so los und erkundet alles und das tut er halt nun mal mit allen Sinn. Das heißt, wenn er ein Material findet, das er noch nicht kennt, zum Beispiel Schlauch, ja, dann schnüffelt er dran, guckt den sich gründlich an, reibt sich da mal dran, äh, guckt wie der riecht, ne, und dann beißt man da halt auch mal rein, weil man wissen möchte, ja, kann man das denn möglicherweise essen? Schmeckt das? Ist das ein weiches oder nicht so weiches Material? Das muss alles erkundet werden. Ja, dass da bei der Schlauch dummerweise kaputt geht, ist dann halt eben so ein Umstand, ja, der nicht beabsichtigt gewesen ist, aber so ist es halt nun mal, wenn man neue Lebensräume erkundet, ja. Also, mir sind diese Tiere außerordentlich sympathisch, auch wenn sie hier und wieder mal teuer werden können, ist uns auch mal passiert. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich sehr gefreut über den Besuch vom Herrn Marder oder Frau Marder. Von der Größe her tendenziell eher Frau Marder. Äh, die Tiere wiegen männlich 1,5 Kilo im Durchschnitt ausgewachsen und Weiblein etwa 1 Kilo. Und das schien mir ein eher kleines Exemplar zu sein. Das kann aber sehr stark täuschen. Also Angabe völlig ohne Gewehr. So, und bevor ich jetzt hier noch ganz mir den Mund fusselig rede zu Marder, und das soll ja eigentlich nur ein Kurzbeitrag sein, soll das an der Stelle auch reichen. Ähm, ein letztes noch, nämlich, wer Tiere beobachten möchte und im Wald eine schöne Tierbegegnung haben möchte, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich Geduld. Einfach irgendwo abgelegenes in den Wald hocken, abseits vom Weg. Meistens ist das die beste Option, äh, sich was zu festspannen, was zu lesen, mitnehmen und einfach auf jedes Geräusch, das man so hören kann, achten. Und früher oder später taucht eigentlich fast immer irgendein interessantes Tier auf. Äh, man muss nur lang genug da sitzen. Und da reden wir von drei Stunden Minimum, äh, besser länger. Dann, äh, ist die Chance, dass man mal irgendwann Besuch bekommt, wirklich relativ hoch. So, und damit wär's das. Äh, nächstes Mal dann wieder ein längerer Beitrag in gewohnter, äh, Ausführlich, Ausführlichkeit. Aber, ja, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, wollte ich unbedingt diese Marderbegegnung noch schnell mit euch geteilt haben. So, tschüss!